Das hier ist der größte Fall, den wir je hatten. Polizei! Wir brauchen einen LKW, außerdem Taucherausrüstung und ein Brecheisen. Okay. Und Mulle? Du besorgst das Brecheisen. Brecheisen? Ja. Mulle, hast du das Brecheisen? Nein. Was? Hast du nicht? Warum nicht? Hier. Aber was soll das sein? Das ist ein Arm. Wo ist das Brecheisen? Hab ich nicht, so Brecheisen taugt nichts. Ach, das tut es. Nein, nein, das hier ist viel besser. Wer ist das? Die da auf Fünen. Ich dachte, die wären auf Lange Land. Genau, Lange Land. Du musst wissen, ob es nun Fünen oder Lange Land ist. Spring einfach rein. Du kannst mit Flossen nicht klettern. Hast du nie einen Jacques-Costeau-Film gesehen? Nein. Wie haben die das denn geschafft? Die sind da mitten im Taucher rein. Taucher? Ja. Was höre ich davon, tauchen? Wollt ihr tauchen gehen? Nein, wie kommt es denn da? Hört zu. Der Deal wird in einem Sommerhaus hier auf Fünen stattfinden. Auf Fünen? Ist es jetzt wieder Fünen? Ja. Ja. Das hier ist eine sieben Meter hohe Stallbetonwand, die um den ganzen Platz hier gezogen ist. Wir brettern da mit dem Laster durch. Oh Mann, das ist ja überhaupt gar keine Straße. Aber vorher lasst ihr mich raus. Wir reden hier von Drogen, ja? Ja, schon. Und genau daran arbeiten wir hier. Ich glaube dir kein Wort. Jetzt, wir handeln doch nicht mit Drogen, spinnst du? Nein, aber genau darauf läuft es hinaus. Man hat mal Dope von dem Container. In Container? Yes. Wo ist unser Container? Keine Ahnung, ich hab nur den Arm besorgt. Nein, ich spring da nicht rein. Hast du nie einen Film von Jacques Cousteau gesehen? Ja. Wie hast du das berechnet, dass dieser Kasten nicht umfällt? Ist das gefährlich? Glaube ich kaum. Das ist Norway. Was macht ihr in meinem Container? Was macht ihr in meinem Container? Untertitelung des ZDF, 2020